Prinz William! Große Sorge! Wird ihm die Last der Krone jetzt zu viel? Von Prinz William wird zurzeit viel verlangt. Denn der Sohn von König William muss seinen Vater vertreten und sich um seine Familie kümmern. Kann er diese Herausforderung stemmen? Die Schreckensmeldungen aus dem Palast reißen nicht ab. Nach einem Routine-Eingriff an der Prostata erhielt König Charles nun die Schockdiagnose Krebs. Das allein ist schon schlimm genug. Aber auch Prinzessin Kate, 42, ist nach ihrer Unterleibsoperation noch geschwächt. Doch einer muss den Laden am Laufen halten. William, 41. Wird ihm jetzt alles zu viel? Prinz William! Kann er die Herausforderung meistern? In der Haut des Prinzen möchte man nicht stecken. Er kümmert sich rührend um seine drei Kinder und seine kranke Frau. Die sich zu Hause im Adelaide Cottage erholt. Was für eine psychische Belastung. Und die ewigen Sorgen reißen nicht ab. Jetzt auch noch Papas Krebs. Charles. Ärzte sind zum Glück zuversichtlich. Aber auch der 75-Jährige muss sich erst einmal um seine Genesung kümmern und kann keine Termine wahrnehmen. Rund 500 hatte der König im vergangenen Jahr. Viele davon muss nun William übernehmen. Eine Mammutaufgabe. Wie lange wird das gut gehen? Aber also体z rauskKatie sovut장이. Wenn eigentlich auss hisse Mint. sehr Working position Feder 操